Es gibt Menschen, die kämpfen für ihre Freiheit. Es gibt Menschen, die kämpfen für die Freiheit anderer. Und es gibt Menschen in Freiheit. Auf der Suche nach immer neuen Freiheiten. Was ist Freiheit? Und was ist deine Freiheit? Zeig uns in einem kurzen Clip, was Freiheit für dich bedeutet. Was du unter Freiheit verstehst. Oder wie du dich für die Freiheit anderer Menschen einsetzt. Und wenn wir das cool finden, dann landest du mit anderen Clips in einem Werbespot für Amnesty International. Informationen und Teilnahmebedingungen findest du bei amnesty.de slash Freiheit. Mach mit. Denn deine Freiheit ist meine Freiheit. Sei dabei. Bei der gemeinsamen Aktion von Sönemannheims. Das Erste und Amnesty International. Das Erste und Amnesty International gehtst du mit zusammen Wanne. Vielen Dank.